Welcome back ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zum Depot Update. Ja, heute sehr sehr spannend, ich habe eine Aktie nachgekauft, Newsletterleser wissen eh Bescheid. Zweiter Punkt ist, ich baue den Notgroschen gerade von unserem Family Business sozusagen als Rücklage auf Trade Republic auf dem Konto gerade auf. Einfach nur um auch diese Zinsen mitzunehmen, sonst würde das Geld einfach nur irgendwo rumliegen, das ist dann auch Quatsch. Das will ich der Vollständigkeit halber zeigen, auch wenn es jetzt nicht nur zum Investieren gedacht ist. Einfach der Vollständigkeit halber, weil es bei mir bei Trade Republic eben auch liegt. Das werde ich euch zeigen und wir schauen natürlich auch auf die Einzelaktien, wie performen wir gerade gegenüber dem Gesamtmarkt. Eine relativ schwierige Börsenphase aktuell, weil wir in der Quartalsaison sind und es zeigt sich so ein bisschen, welche Unternehmen kommen gut klar, quasi mit der wirtschaftlich schwierigen Phase und welche kommen nicht so gut klar. Und wir haben die zwei schwächsten Börsenmonate des Jahres, also historisch gesehen, stehen jetzt vor der Tür. Der August und der September. Jeder, der von euch ein bisschen Cash an der Seite hat, wird mit Sicherheit auch ein paar gute Möglichkeiten haben, um jetzt nachzulegen, bin ich mir ganz sicher. Ja, ich bin sehr gespannt, was wir jetzt so rausfinden beim Depot. Freue mich aber sehr auf dieses Video. Gerne einen Daumen nach oben da lassen, kommentiert und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein in den Depotrückblick. Let's go! So, also gehen wir rein. Trade Republic, wie immer, genau, die Tagesperformance am Freitag 1,44% im Minus. Eine, ja, irgendwie schaut der Chart hier so ein bisschen komisch aus, da gibt es irgendeinen Bug, irgendeinen Fehler. Ja, ich wollte euch jetzt am Anfang kurz zeigen. Mich würde mal sehr interessieren, ihr könnt mir gerne mal kommentieren, wer von euch hat denn jetzt schon das neue Design von Trade Republic und wer hat es noch nicht? Gibt es denn ein paar, die es schon haben? Oder nicht? Weil ihr wisst ja vielleicht, ich bin in Spanien gemeldet. Ich habe mich immer gefragt, ob Trade Republic das jetzt zuerst in Spanien vielleicht ausprobiert, bevor es dann auf den deutschen Markt übertragen wird. Oder gibt es schon ein paar von euch, die das Design auch schon haben? Würde mich wirklich sehr interessieren. Ihr wisst ja vielleicht, im neuen Design wird es hier getrennt zwischen Portfolio, dem investierten Geld und dem Cash, also dem Verrechnungskonto. Im alten Design ist es, glaube ich, zusammengewürfelt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, und hier kann man das eben schön trennen, wenn man auch mal eine Auszahlung machen möchte, dass es nicht immer gleich die Performance beeinflusst und dann erst korrigiert werden muss. Das gab es ja auch öfter schon bei mir, wenn ich mal eine Auszahlung hatte oder so. Das kann man jetzt schön trennen. Das ist eigentlich eine ganz clevere Idee, finde ich. Kann man das schön trennen. Ihr seht, es ist ein relativ großer Betrag auf dem Verrechnungskonto. Wir wollen es aufstocken auf 50.000 Euro. Einfach nur, um da den Notgroschen zu lagern und eben die Zinsen bei Trade Republic mitzunehmen. Warum ist es jetzt so viel Geld, weil 50.000 Notgroschen ist vielleicht, klingt erstmal so ein bisschen viel. Bei uns ist es eine speziellere Situation. Wir haben ja zwei Immobilien. Vielleicht, das habe ich schon mal erwähnt, das ist jetzt nicht der große Teil in diesem Kanal, deswegen spreche ich das gar nicht so oft an. Zwei Immobilien und dafür ist es einfach gut, Rücklagen zu haben. Wir sind ausgewandert vor vier Jahren oder so, vier, fünf Jahren fast. Deswegen ist es auch nochmal ganz gut, nochmal eine finanzielle Rücklage zu haben. Und der nächste Punkt war noch, genau, wir haben ein Online-Business. Wir sind selbstständig, wir sind jetzt nicht angestellt oder so, deswegen ist es auch für uns einfach vom Gefühl her gut, als Angestellter hätte man jetzt nicht so ein großes Risiko, aber als Selbstständiger oder Unternehmer hat man einfach ein bisschen ein größeres Risiko, einfach weil man nicht weiß, wie das Business so läuft und vielleicht eine größere Rücklage haben möchte. Das, langgesprochen jetzt zusammengefasst, der Grund, warum hier dann relativ viel Cash drauf liegen wird und ich ein bisschen Zinsen dann eben auch erhalten möchte. Das eben einfach nur zur Vollständigkeit, falls ihr euch fragt, wenn man das mal sieht, warum ist es denn so viel konstig, was machst du denn da? Genau, der Portfolioanteil soll natürlich aber auch erhöht werden. Das ist mir auch ganz wichtig, dass das eben auch weiter wächst. Da habe ich jetzt, glaube ich, würde ich mal sagen, so 2.000 Euro noch zum Nachinvestieren, wenn jetzt eben auch die Börse so ein bisschen einkracht, falls ihr es solltet, jetzt im August, im September gute Einstiegskurse nochmal zu finden oder Nachkaufkurse. Das aber der Vollständigkeit halber. Wir schauen eben auch aufs Gesamtdepot. Das ist ja das, was ihr eigentlich sehen wollt und welche Aktie ich vielleicht auch nachgekauft habe. Wer es noch nicht weiß von euch, so, wer den Newsletter nicht gelesen hat. So, wir gehen mal drauf auf den Wert seit dem Kauf und wir sehen, wir haben immer noch relativ viele Werte im grünen Bereich, das ist schön, aber die letzte Woche ging es auch ziemlich zurück, muss man auch sagen. Mit Sicherheit auch bei euch im Depot. Ja, die Börse korrigiert jetzt aktuell, was aber auch verständlich ist, weil wir ja, wie gesagt, auch ein richtig, richtig gutes und gut laufendes Jahr bis jetzt eben hatten und da ist es für mich auch echt voll verständlich, dass jetzt mal so eine kleine Verschnaufpause eingelegt wird. Wir gehen aber jetzt erstmal auf den größten Wert LVMH, Louis Vuitton, Moë Hennessy. Wir gehen auf die Woche, 3,66% im Minus, also es geht auch zurück bei LVMH. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vielleicht nochmal Kurse unter 800 Euro sehen. Mal schauen, vielleicht werden wir sie sehen und dann kommt LVMH für mich auch irgendwann wieder in eine gute Zone, wo man sie vielleicht mal anschauen könnte. Natürlich immer nur meine Meinung. Aktuell finde ich sie immer noch ein bisschen zu teuer oder sagen wir mal so, vielleicht fair bewertet, aber noch nicht krass unterbewertet. Es ist ja immer noch auch KGV, glaube ich, bei 25. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt aktuell ist bei Trade Republic. Ich finde so alles, was unter dem KGV von 20 ist, das wäre bei LVMH schon echt ein guter, guter Moment nachzulegen. Das kann man nochmal vielleicht so ein bisschen im Auge behalten, würde ich jetzt zumindest so machen. Ihr seht aber auch Nippon Sanso ist am Klettern und am Steigen und ja, wenn jetzt LVMH nicht aufpasst, auch wirklich die stärkste Position bald bei uns im Depot. Nippon Sanso, ein unglaublich, ja, für viele vielleicht ein langweiliges Unternehmen aus Japan, aber die performen in diesem Jahr richtig, richtig gut. Die Woche geht zwar auch zurück, könnt ihr euch mal belegen, die waren schon bei fast 35% im Plus. Es geht jetzt zurück auch bei Nippon Sanso, aber wir sehen auch der Monat, da schaut es auch wieder richtig gut aus. Es geht also weiter bergauf, klar, auch da wird jetzt ein bisschen verschnauft, aber die gefallen mir gerade richtig, richtig gut oder im Allgemeinen eigentlich auch. Nicht nur gerade, sondern im Allgemeinen auch. Bei Microsoft, ja, ich habe es im Newsletter geschrieben, weil da glaube ich auch viele überrascht waren, warum es jetzt da so stark zurückgeht oder relativ stark zurückgeht, ist im Endeffekt auch ein bisschen KI-Hype getrieben gewesen bei Microsoft. Das erkennt jetzt der Markt, weil eben die KI-Umsätze jetzt noch nicht so krass in den Quartalszahlen da sind. Die werden jetzt erst in den nächsten Quartalen, in den nächsten Jahren so wirklich mit dazu spielen. Deswegen glaube ich, wird jetzt da auch ein bisschen Luft rausgelassen bei Microsoft. Das ist für mich auch verständlich und Microsoft ist auch immer noch kein Schnäppchen. Das muss man auch dazu sagen. Das ist zwar jetzt okay, die korrigieren ein bisschen, das könnte man sich jetzt wieder anschauen, aber sie waren vorher auch wirklich kein Schnäppchen. Bei Apple übrigens auch, bei Apple ist es ganz genauso. Wir gehen zu Microsoft also wie gesagt fast 3% im Minus, bei Microsoft geht es auch ein bisschen zurück. Insgesamt aber immer noch bei 13,57% seit dem Kauf Microsoft im Plus. Apple hat Quartalszahlen gebracht und Apple hatte seit drei Quartalen, glaube ich, keinen steigenden Umsatz. Das darf man nicht vergessen. Es ist jetzt auch nicht so dramatisch, wie es jetzt manche, glaube ich, sagen. Der iPhone-Absatz geht ein bisschen zurück. Das ist alles Dinge, die erwartet wurden, weil eben hohe Inflationen. Die Leute kaufen sich jetzt vielleicht nicht gleich ein neues iPhone und so weiter. Also Apple hat jetzt schon auch Schwierigkeiten aktuell mit der Situation, das muss man schon sagen. Und wie gesagt, seit drei Quartalen, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, geht der Umsatz leicht zurück. Ist jetzt nicht dramatisch, aber er geht zurück. Und das muss man einfach auch ein bisschen im Blick haben, weil Apple dann irgendwann auch, wenn es jetzt so weitergehen sollte, jetzt nicht mehr das krasse Wachstumsunternehmen ist, was man vielleicht von früheren Zeiten kennt. Aber auch da immer den Ball natürlich flach halten. Das ist jetzt auch nur eine Momentaufnahme. Das wird sich und kann sich ja natürlich auch wieder ändern. Trotzdem, also nüchtern betrachtet, ist es einfach jetzt sehr, sehr stagnierend. Und irgendwann können die Gewinne auch nicht mehr gesteigert werden, wenn der Umsatz nicht hinterher zieht. Aber, ja, sieben Prozent jetzt zurückgekommen, Apple. Ja, das geht jetzt schon wieder, wird jetzt irgendwann spannend. Aber auch Apple ist jetzt dafür, dass sie aktuell keinen Umsatz machen oder keinen Wachstum haben, immer noch sehr, sehr sportlich auch bewertet, finde ich jetzt zumindest. Könnte ja auch anderer Meinung natürlich sein, das ist ganz, ganz klar. Würde für mich auch, wenn ich die nachkaufen sollte, müssten sie eigentlich noch ein bisschen fallen, jetzt für meinen Geschmack. Wir halten jetzt mal fest, sieben Prozent im Minus und insgesamt noch zwölf Prozent im Plus bei uns Apple im Depot. Aber natürlich, ich will jetzt gar nicht negativ sprechen von Microsoft und Apple, weil das sind natürlich super, also super solide und völlige Basis-Invests, finde ich, für jedes Depot eigentlich. Mit auch Lieblingsunternehmen. Aber ich finde jetzt auch nach der Korrektur ist es jetzt für mich nicht automatisch gleich ein Kauf, weil sie eigentlich für meinen Geschmack auch noch ein bisschen fallen könnten, um dann wirklich nochmal so richtig attraktiv zu sein. Das will ich damit nur sagen. Wir gehen weiter zu Huli & Loki. Die hatten auch Quartalszahlen. Huli & Loki kommt jetzt auch nicht super gut klar aktuell in der Zeit. Aber der Kurs, ihr habt es gesehen, da gingen die Quartalszahlen, da ging es ein bisschen runter. Sie stabilisieren sich jetzt aber ganz gut. Also Huli & Loki ist in der aktuellen Zeit jetzt auch nicht super gefragt. Das, was sie anbieten quasi, die Beratungen für Unternehmen. Aber das wird sich jetzt im steigenden Markt, also wenn wir wirtschaftlich wieder eine Aufschwimmung haben, wird sich das komplett natürlich wieder ändern. Bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Aber Huli & Loki, finde ich, hält sich wirklich gut. Fast zehn Prozent bei uns im Plus insgesamt. Wir gehen zu Church & Dwight. Die Woche geht auch zurück 3,53 Prozent bei unserem Basiskonsumwert Church & Dwight. Wir gehen mal weiter zu Energiekonto, bevor es hier so lange dauert. Energiekonto im Plus, eine der wenigen Aktien, die im Plus waren, die Woche 1,05 Prozent. Energiekonto gefällt mir jetzt auch wieder sehr gut in letzter Zeit. Da geht es auch wieder schön nach oben. Und bei uns mittlerweile auch im Plus bei 1,34 Prozent insgesamt im Plus. Molina ging auch ein bisschen zurück, muss man sagen. Also jetzt die Woche bei 0,33 Prozent im Plus. Der Monat auch im Plus. Aber jetzt, es ging eigentlich auch ein bisschen zurück und stagniert so. Es ist in der Seitwärtsphase. Können wir mal so eigentlich beziffern so. Bei Molina Hesker ist gerade aktuell in der Seitwärtsphase. Das könnte man sich irgendwann mal wieder anschauen. Vielleicht zum Nachinvestieren. Das ist jetzt nur meine Meinung. Aber müsste ich mir nochmal genau anschauen. Nur noch leichte Minus. Und Rexford. Rexford ist jetzt der Wert, den ich nachgekauft habe. Nicht eine große Position nachgekauft, aber ein bisschen nachgekauft, weil ich der Meinung bin. Das habe ich ja im Newsletter auch geschrieben. Dass es jetzt bei ausgewählten Reeds oder Immobilienkonzernen durchaus jetzt mal Sinn macht, sich das ein bisschen anzuschauen. Weil da schon sehr, sehr viel negatives Eis eingepreist ist. Das ist zumindest meine Meinung. Es kann sein, dass wir jetzt keine Zinserhöhung mehr sehen in den USA. Es ist jetzt eingepreist, dass es keine mehr geben wird. Weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich so kommt. Ich glaube aber, der ganze negative Eindruck, den wir jetzt seit über anderthalb Jahren oder so sehen, bei den Immobilienkonzernen auch, ist jetzt glaube ich wirklich eingepreist. Und ich glaube nicht, dass es noch zu ganz krassen Kursverfällen kommt. Natürlich könnte es sein. Meine Meinung ist aber, dass es jetzt nicht mehr so krass runtergeht. Deswegen habe ich da ein bisschen nachgelegt. Ich habe jetzt insgesamt sechs Anteile bei einem Buy-In von 49, 33. Ist natürlich jetzt nicht super groß. Aber ich zeige euch gleich mal die Gesamtallokation. Da ist Racksoft jetzt die zweitgrößte Position im Depot. Deswegen habe ich mich jetzt geschlossen, auch nicht so viel nachzukaufen. Sondern, dass es im Gesamtkontext immer noch Sinn macht. In der Gesamtbalance des Depots. Also, Racksoft ging 2% ins Minus die Woche. Aber ich glaube, wie gesagt, dass wir da das Schlimmste bei ausgewählten Immobilienkonzernen gesehen haben. Der Gesamtsektor Immobilien ist mit Sicherheit noch so ein bisschen schwieriger gerade. Aber ich glaube, wenn man sich gute Immobilien raussucht, Immobilienkonzerne, Aktien, kann man da auch profitieren dann. Spätestens, wenn dann die Zinsen zurückgehen. Dann wird dieser Sektor wirklich überproportional nochmal profitieren. Glaube ich zumindest. So, Amarescu ist bei 7% im Minus. Die waren teilweise schon bei 7% im Plus vor zwei Wochen oder so. Es ging also auch ein bisschen, es ging sehr stark zurück. 13% im Minus. Amarescu hatte aber auch einen sehr, sehr starken Juli. Juli übrigens. Jetzt im August ging es wieder stark zurück. Ja, 13% im Minus. Amarescu ist ein unglaublich volatiler Wert. Aber da bin ich langfristig auch voll davon überzeugt, dass es eine sehr, sehr schöne Performance insgesamt dann auch geben wird. Also für mich jetzt für das Gesamtdepot. Wir gehen auf die Woche. 3,41% im Minus. Also wirklich keine starke Woche. Das muss man wirklich sagen. Man sieht übrigens auch ganz lustig im Monatschart. Wir hatten hier den Juli. Der Juli über. Wer treffe ich das jetzt hier? Kann man das irgendwie schön sehen? Ah, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Egal. Ich will eigentlich nur zeigen. Eigentlich will ich nur zeigen, genau, dass man da so schön reingehen kann in den Charten, dann so mitverfolgen kann. Naja, man sieht eigentlich auf jeden Fall, dass es im August jetzt stark nach unten ging. Der Juli hat es schön nach oben gepusht. Und der August wurde jetzt wieder stark abverkauft. Wie gesagt, August und September sind die zwei schwächsten Monate im Jahr. Ich bin mal gespannt, was wir da erwarten können. Also wir haben eine Performance von 3,41% im Minus die Woche. Und wir schauen mal auf den MSCI World, wie der sich schlagen konnte. 2,29% im Minus, also stärker als wir jetzt in dieser Woche. Und der Nasdaq, schauen wir mal auf den Nasdaq, 2,82%. Wir sind also stärker gefallen als der Nasdaq und der MSCI World. Hat natürlich aber auch vor allem mit Amaresco zu tun, die einfach sehr, sehr stark gefallen sind jetzt. Die Woche, das ist schon wirklich, wirklich krass. Aber wenn die wieder hochziehen, können sie das Depot auch wieder eben nach oben pushen. Wir schauen jetzt auf die Analytics, das wollte ich euch kurz zeigen. Und zwar auf die Gewichtung. Rexford macht jetzt die zweitstärkste, am stärksten gewichtete Position bei uns im Depot. Deswegen habe ich sie jetzt nicht noch stärker gewichtet. Das war mir ganz wichtig. Also wir haben Microsoft als größte Position, dann kommt Rexford hinterher, dann kommt Energiekontor sogar, Molina, Apple nur noch an Rang 5. Und dann kam Amaresco, LVMH, Houlihan, Loki, Nippon Sanso und Jurgen Dwight. LVMH ist schon ziemlich zurückgekommen. Die waren ja eigentlich mal zweitgrößte Positionen, schon ziemlich zurückgekommen. Also Microsoft immer noch die 1 in der Verteilung und dann eben Rexford Energiekontor. Und wenn wir nochmal die Performance anschauen, ist LVMH aber ganz oben. Nippon Sanso, Microsoft, Apple, Houlihan, Loki. Das kann man hier eben schön nochmal, schön gesondert nochmal anschauen. Konnte man in der alten App aber glaube ich auch. So ihr Lieben, jetzt seid ihr voll informiert, was bei mir im Depot so los ist. Ich will ein bisschen nachinvestieren, so 2000 Euro möchte ich in den nächsten Wochen nachinvestieren, wenn sich gute Möglichkeiten ergeben. Cash-Anteil habt ihr gesehen, der Notgroschen wird aufgebaut, die Aktie, die ich nachgekauft habe. Die Gesamtperformance vom Depot jetzt in der Woche haben wir gesehen. Gegenüber dem Gesamtmarkt haben wir ein bisschen verloren, leider, leider. Aber ich bin natürlich fest davon überzeugt, dass wir da langfristig auch schön den MSCI World hinter uns lassen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Ihr habt jetzt einen Einblick bekommen. Gerne einen Daumen nach oben da lassen und kommentiert mal, wie war eure Börsenwoche. Welche Werte waren gut, welche Werte waren nicht so gut. Habt ihr was nachgekauft? Habt ihr ein bisschen Cash auf der Seite, um jetzt im August und im September zu kaufen? Würde mich sehr interessieren. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier dabei seid. Abonniert natürlich gerne, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ja, und dann sehen und hören wir uns im nächsten Video. Jetzt kommt auch mal wieder ein Monatszahler-Update. Das habe ich mir auch fest vorgenommen. Kam auch länger nicht mehr. Ich bin der Konsti. Der Kanal heißt Einfache Aktien. Ich freue mich auf alles, was mit euch kommt. Und genau, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.